Eine Stadt mit reicher Kultur und Geschichte. Eine Stadt mit schöner Umgebung und bester Transportinfrastruktur. Eine Stadt weltweit bekannt für ihre drei Besonderheiten. Die Gräber, Malereien und Terrakotta-Armee der Han-Dynastie. Das ist Suzhou und auch das Zentrum der chinesischen Baumaschinenindustrie. Suzhou Hangxing Jinxiao Machinery Technology Company Limited befindet sich in der Suzhou Hightech-Zone, Provinz Jiangsu in der Nähe von Shanghai. Seit seiner Gründung 2005 entwickelt, produziert und exportiert unser Unternehmen vor allem Bohrmaschinen für Drehbohrgeräte, Leitplankenrammen und Solarrammen. Das Unternehmen erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 45.000 Quadratmetern, davon allein 28.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Seit Jahren verstärken wir gezielt das Forschungs- und Entwicklungsteam und pflegen eine umfangreiche Zusammenarbeit mit der China University of Mining and Technology, CUMT. Um dem ständigen technologischen Fortschritt zu entsprechen und Innovationen hervorzubringen. Der Erfolg derzeit besitzt das Unternehmen Dutzende einschlägige Patente. Wir sind Mitglied der China Construction Machinery Association, CNCMA. Und verfügen über bestes Know-how, neuster Technik und kennen die jeweiligen Trends unserer Zielbranchen genau. Unser Unternehmen ist sowohl ISO 9001-2008 Qualitäts- als auch CE-zertifiziert. Außerdem haben wir eine strenge Implementierung des APQP und PPAP-Programms zur Entwicklung neuer Produkte. Je nach Kundenwunsch liefern wir auch hochspezifizierte, das heißt individualisierte Produkte. Während der Produktionsprozess in strikter Übereinstimmung mit dem Unternehmensstandard kontrolliert wird, orientiert sich das Produktionsmanagement strikt an dem ISO 9001-Standard. Unsere Managementsphilosophie, höchste Qualität, Sicherheit und Effizienz wird effektiv in jeder Produktionsphase umgesetzt. Wir verbessern ständig und umfassend die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter und investieren in ihr Know-how und den Teamgeist, um zusammen unseren Unternehmenstraum zu verwirklichen. Unser Produktprogramm Bohrstangen für Trebo-Geräte wurde erfolgreich in den Anwendungsgebieten Hochgeschwindigkeits-, Eisenbahn-, Hochstraßen- und Hochhausbau eingesetzt. Und somit verfügen wir über eine konzentrierte Erfahrung von mehr als 4000 Anwendungen verschiedenster Bohrstangenkonstruktionen, einschließlich komplexer internationaler Expertise im After-Sales-Service. Wir verbessern unsere Produkte konsequent und streben hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit sowie lange Haltbarkeit der Produkte an. Somit bieten wir eine vollständige und personalisierbare Lösungspalette für die verschiedensten Konstruktionsanforderungen unserer Kunden. Unsere Produkte sind mit fast allen Modellen von innen- und ausländischen Herstellern kompatibel. Durch ständige technologische Innovationen und gezielte Verbesserungen ist Hamsing Technology heute, der führenden Hersteller von Leitplantenrammen. Die Produktserie Solarramme R, F und M erfüllt die komplexen Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden, nach deren Anerkennung wir streben. Derzeit konzentriert sich Hamsing weiter, die Produktpalette auf den Gebieten von Straßen- und Photovoltaikbau, Konstruktionen der Elektroindustrie und des Grünflächenbaus und anderer zu erweitern. Im Laufe der Jahre wurden unsere Produkte in mehr als 20 Länder, Europa, USA, Asien und so weiter, exportiert. Mit qualitativ hochwertigen Produkten und exzellentem Service vertrauen schon viele Kunden im In- und Ausland. Hamsing Technology Company Limited. Wann immer, wo immer, wir streben nach höchster Qualität und bestem Service. Seit seiner Gründung hat sich Hamsing Technology Company Limited auf technologische Innovation, Produktoptimierung und Kundenorientierung verpflichtet. Wir sind immer unserem Motto gefolgt, bestehen durch Qualität, Weiterentwicklung durch Kundenempfehlung. Ihre Bedürfnisse sind unsere Herausforderungen, technologische Innovation und Anstreben der Branchenführerschaft. Etablierung von Hamsing Technology als Global Brand. Weltweite Anerkennung des Claims China Made. Wir sind bereit, mit qualitativ hochwertigen Produkten, perfekten Service und bester Reputation mit unseren Kunden für eine bessere Zukunft zusammenzuarbeiten. Hamsing Technology. Herzlich Willkommen.